so und wir kaufen noch mal so ein set mach das weg danke und oh fuck jetzt habe ich es abgelegt ne das war doof man das geht immer so schnell ich kann gar nicht 19 wir brauchten 15 hast du das wo gab es ihren jetzt sie sich nicht gemerkt war das hier schwarz blut pickel tatsächlich und wechselt sogar in vier minuten das haben wir ja wirklich noch auf die letzte gerade so noch geschafft wusste ja guck mal da sehr schön das ding haben wir vier minuten noch locker geschafft so denn hatten wir hier noch was fertig was soll ich kaufen kristall golem teile sie hier kann ich gar nicht guck 200 kristalle die spinn ja wohl in zehn jahren dann vielleicht muss ich noch ein paar farmen gehen so jetzt wollen wir noch die magie lernen da nennen sie ja janos mit kommen ja das dürfte dann jetzt mehr geben dem neuen pickel mit der neuen pickel ist ein komisches wort muss dabei immer an die pickel denken die im gesicht wachsen oder so aber jetzt geht es zur puffbude 2.0 und wir wollen magie lernen ich freue mich heute freut sich mit mir ob wir klettern da hinten hoch auch guten appetit tiger hey auf mir nicht vors fährt bin nur auf der durchreise hier keine panik keine panik ich will nichts von euch ich reite hier nur so durch ich ja man merkt schon dass man echt deutlich besser unterwegs ist zu pferden na der weg ist gerade so flott gemacht ich überlege dass ich sonst immer zu fuß lang renne ich sollte wirklich öfter meine taschen leer machen es lohnt sich und vielleicht öfter jetzt gucken wo ich hin reite sonst gibt es hier blaue flecken ach wolf nerv nicht wollen doch nur schnell nach hause und die magie lernen so da sind wir kleine süße fenster da sieht schon ein bisschen traurig aus also ich kein schönheitspreis hier die hütte niemals so fragment bist du jetzt im pferd oder in einem meiner anderen begleiter da den sehr hast du das hä hab ich das ach gottchen ich horst ja ich muss tatsächlich alle tempel wieder bauen ist auch sehr schade ne ich hatte sie ja schon zum teil ja sogar schon ausgebaut aber das wird glaube ich nicht passen die müssen ja einen gewissen abstand haben oder ich müsste tatsächlich eine dachfläche noch erweitern dass ich dann die tempel oben alle drauf krieg genau und die reiseziele muss ich dann auch wieder machen richtig richtig das ist natürlich auch alles weg schwarzes blut ist da okay klappt gewittersturm können wir jetzt so was brauchen wir jetzt hexenfeuerpulver oh das habe ich das habe ich weil das habe ich mitgenommen oh als hätte ich das gespürt guck mal genau 20 nein wie geil ist das denn genau 20 stück das passt wie arsch auf einmal guck dich das an das war berechnet trinken ja prost danke vergesse mal das trinken katastrophe oh ist vorbei jetzt habe ich alles gelernt das war es schon wie jetzt wo jetzt was ich ah zauberei transportstein da ist er mit konstruktionshammer wie cool bösische rüstung geht ich gott gott opferblut dämonenblut ich muss nie so moment ach der will transportstein was braucht man dafür ziegel silberbarren dankeschön und eine fackel oh silberbahn echt oh man okay fackel warte mal kann ich die fackel schon mal bauen natürlich nicht holz und fasern es kribbelt immer noch in der nase das war es nicht ich kriege noch einen drauf heute noch kennt ihr das so ne ich brauchte die normalen ziegel ne ja so das brauchten wir fasern und ziegel und ich hab schon wieder vergessen oh man ey holz was holz ach guck mal hier ist fasern perfekt ach man nase silberbahn waren's muss ich glaube ich gleich meinen schatzkammervorrat plündern da müssen wir echt anfangen kommen wir nicht drum rum oh ich muss ein heilobjekt noch machen kommen wir nicht drum rum diese silberadern zu finden und abzuernten besser ist das geh mal zu mir zu den gehegen dort sind die steinlasen und dort wird dir geholfen was steinlasen ach du hast so du hast deine ach ach ja ich muss meinen schatz plündern hm äh ihr bringt mich ganz durcheinander nicht nur computer sagt nein mein hirn sagt auch nein so ich wollte eine fackel bauen und ziegel so zack fackel gebaut ich glaube die ersten habe ich hier jetzt werde ich aber arm hier jetzt werde ich aber arm könnte sogar nur einbauen wie traurig ist das denn ähm ziegel ja das stimmt da ist der bot wahrscheinlich schon wieder ein bisschen fingerlich so dann mach mal ziegel oh nee die nicht oh warte mal den müssen wir rausholen glaube ich oh guck mal da oh oh hallo 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 habt ihr gerade die schätze da gesehen oh ich glaube ich kann doch ein paar mehr bauen nice so jetzt aber guckt euch das an guck mal die goldbarren können wir machen ist halt nur die frage wo setze ich die jetzt alle hin was sind die ganze map damit ausgleistern hatte ich da normale ziegel drin nö ich glaube das waren nur die gehärteten ich glaube das waren nur die gehärteten ich könnte gerne nochmal gucken aber ich vielleicht haben wir hier noch welche drin hier sind gehärtete gehärtete und auch nur gehärtete nix normale ziegel drinne hier ist alles noch leer ah da waren noch ein paar versteckt ja sehr gut so denn was fehlt jetzt nichts wo stelle ich den denn hin ich bin ganz nervös weil es muss ja zwei geben ein halt ein halt ja hier wo machen wir den wir machen wir hinten in die ecke und dann muss es ja einen geben der dazu die verbindung aufbaut so guck mal ich habe transport stein gebaut und hier ist einfach noch absolut nutzlos entzünden löschen dafür braucht man jetzt opfer blut und schwefel stehe ich nicht schade ich habe kein schwefel muss ich mir jetzt echt opfer holen und dann kann ich ja den zweiten wobei ich den zweiten hin an meine puffbude 1 wahrscheinlich erst mal dass ich dann immer zwischen 1 und 2 schon mal hin und her porten kann und dann ich das ist jetzt überhaupt der plan ich werde mir bis nächsten donnerstag nochmal die karte so ein bisschen angucken und mir ein paar punkte überlegen wo ich denke wo es schlau wäre welche hinzuklatschen und dann bauen wir dann das transportsystem auf das ist ein guter plan ja wir holen jetzt nochmal ein paar opfer das ist äh so die dürfen wir dann nicht äh Moment die dürfen nicht sterben die müssen ja hier nur ein bisschen betäubt werden das heißt ihr bekommt eure warte mal habe ich dir jetzt eine Keule gegeben ja aber die gute eh nein tauschen achso ich habe zwei gute Keulen okay dann darfst du die behalten ich habe nichts gesagt so fesseln habe ich auch Pferdchen können wir hier lassen oh shit du sollst aber hier stehen bleiben richtig hinstellen yes und wir gehen die Nachbarn opfern guter plan gehen wir da rum einmal durch den Spalt wo seid ihr denn da seid ihr ja ich bringe eine Keule mit das ist so wunderbar und da brauche ich noch Glasflaschen gleich oh kacke müssen wir einschmelzen ich habe noch keinen Gusstisch ich habe hier noch keinen Gusstisch es fehlt noch so seid ihr irgendwas besonderes nein ach guckt an habe ich noch was habe ich hier noch nicht Skandal so ihr legt euch mal eben alle schlafen ich muss euch alle opfern aber doof dass ich jetzt ich kann hier noch was lernen guck an Kochspezialist ach das ist bestimmt auch weggegangen mit dem Server Replay quasi ach wie doof das hat alles durcheinander gebracht hier ist noch einer ich höre das doch ja guckt hier hinten am Tisch na dann hat man die Magie wenigstens schon mal abgeschlossen ach so das ist noch so eine Rolle die brauche ich quasi gar nicht mehr so Opfer du musst mitkommen Nummer 1 ja Transportsystem ausbauen genau da mache ich mir dann mal schon mal so ein bisschen planen dass ich mir die Karte nochmal angucken bisschen überlege wo ich mir die hinbauen möchte ja alles zauber wirken und alles vom Kreis der Macht herstellen ja ja das können wir machen das kriegen wir hin nächste Woche so der hängt da jetzt brauche ich einen Gusstisch aber wo brauche ich den denn nochmal schmieden Gusstisch tatsächlich so Gusstisch kann man ja hier mit hinpacken so den Bereich okay das sieht scheiße aus so rum Moment wir müssen nochmal anders bauen warum ist das denn jetzt passiert hallo ich hasse dieses Bausystem ne ich hasse es jetzt aber so wir haben einen Gusstisch und da brauchen wir was macht hier so Geräusche ich brauche so eine Gussform dafür brauche ich Eisenbarren ich habe einen was ist denn hier los nehmen wir doch noch tausend von hier hallo Jeldrick willkommen schön dass du reinschaust wie geht's dir so können wir jetzt erstmal herstellen brauche ich eigentlich nur eine oder für jede Flasche wieder eine neue Form ich weiß es gar nicht schon wieder so lange her hab sie schon wieder vergessen okay meine Frage hat sich glaube ich gerade erübrigt ich hätte eine gebraucht können wir das hier auch abbrechen du kommst gerade recht für die dunkle Magie nein wir planen die Magie nächste Woche heute heute nicht mehr es wird zu viel ja dankeschön mir geht's auch gut ich merke schon wir kommen langsam Richtung ist es spät und die Frau kann nicht mehr quaddeln wir haben ja auch schon einiges geschafft heute ich bin sehr froh und jetzt gerade wollen wir hier unser Opferblut mal sammeln um den ersten Transportstein zu aktivieren ich hoffe das klappt dann auch so okay die Glasflaschen müssen hier rein das war keine Glasflasche das ja okay wir opfern den jetzt erstmal dann geht das nicht weil ich überlastet bin ernsthaft tatsächlich es geht schon wieder nicht weil man überlastet ist das ist echt nervig wirklich richtig nervig warum schleppe ich auch immer so viel Zeugs mit mir rum ich lerne es nicht richtiger kleiner Messi bin immer noch überlastet aber muss mein mein Schatz noch loswerden hier meine wundervollen Goldbarren komm 92 jetzt aber jetzt kann er bluten Attacke da fließt das blut dachte das wurde gefixt im letzten update oder galt das nur für den Zaubertisch ja das dachte ich tatsächlich auch weil mir sowas nämlich schon bei youtube in den kommentaren gesagt wurde dass das jetzt wohl gehen soll aber naja hier am tisch nicht wie du siehst so jetzt braucht blut braucht oh Gott ja blut in der flasche du hast nichts falsch machen aber wir können nochmal das nächste opfer holen wir brauchen jetzt ja demnächst ein bisschen mehr von dem Zeug hab ich da kerzen ins gras gestellt offensichtlich schon naja so stimmt hier stand mal dieses dieses zelt ding und deswegen hatte ich die da mal hingemacht ich erinnere mich ich erinnere mich ja ein paar opfer liegen da noch es sei denn die sind schon wieder aufgestanden aber wenn die wieder stehen knüppeln wir die einfach nochmal um da kennen wir ja nichts knüppeln können wir knüppeln können wir aber ich glaube die liegen noch ja machen noch artig haier bubu so kommen sie mit auch sie dürfen bluten heute gratis vielleicht hätte ich die kerzen nicht mal hier lang im gras aufstellen sollen und ich muss mal so eine fackel hier bei meiner eingangstür hinsetzen dass ich auch wieder nach hause finde wenn ich mal so ein paar wein getrunken habe hochlandweine dann wird das schwierig mit dem nach hause kommen so next one muss ich jetzt immer die ganze zeit hier stehen während das ritual durchgeführt wird ich würde schon gleich gerne den nächsten ranholen der kann doch auch ohne mich bluten aber hier weht gar nicht mehr das hemdchen so schön ich habe den nicht gut ausgerichtet den opfertisch oder die freuen sich nicht mehr mich zu sehen ich weiß es nicht enttäuschend ups das wollte ich nicht oh leute stellt euch doch nicht auf mein opfer das gehört sich nicht hat euch denn keiner erzogen hier runter da los schämt euch also echt nee die freuen sich hier nicht mehr also gar nicht mehr bei dir auch nicht oder liegt das nur an meiner ausrichtung warte mal hier war kürzer hier war der weg kürzer so lange opfern bis sich einer freut das ist gut dann sitzen wir morgen noch hier oder ich muss das echt ausrichten das lag bestimmt an der ausrichtung ich hatte gute winde an meiner ersten base so next one das ist schon wieder sowas habe ich ja keine geduld für mir immer dieses ritual anzugucken ja bei euch gibt es keinen lenden schutz ja also ausziehen tue ich die hier jetzt nicht so eine überspringtaste wäre hier auch sehr nett behälter ist verschlossen es läuft gerade ein ritual ja das weiß ich das nervt mich so jetzt haben wir ein paar mal blut das nehmen wir schon mal mit darüber ja unfassbar die leute wollen blut sehen mal mit einem weiteren opfertisch probieren ob der mehr freude macht ja das ist auch ein guter plan ich könnte so eine ganze reihe aufstellen und dann alle nebeneinander weg opfern aber ich glaube so schwefel fehlte noch ich bleibe dann trotzdem da dran kleben ich denke mal man muss wirklich immer pro tisch das ritual abhalten und wenn das zu Ende ist kannst du erst an den nächsten gehen ist ein bisschen nervig ja und willkommen an alle die so stillschweigend zuschauen freue mich sehr dass ihr da seid hoffe ihr holt euch den drop mit ab den gibt es nämlich heute das blutkristallschwert das können wir dann auch nächstes mal herstellen jetzt gerade habe ich hier irgendwie ladehemmungen ich kann den nicht abholen den auch heute gerade erst frisch gezogen so schwefel rüber so was muss ich jetzt machen entzünden hallo drafila das neue update ja mein stage of war damit interessant es hat sich sehr viel verändert und ich hänge gefühlt immer noch in dem alten update drin weil ich mit der magie ja noch gar nicht durch bin aber das hole ich gerade ein bisschen nach es wird auf jeden Fall nicht langweilig es wird nicht langweilig hier guckt euch das an jetzt fängt es an zu leuchten ich weiß halt gar nicht ob das Sinn macht den jetzt zu entzünden weil es gibt ja keinen oh Gott keinen anderen Stein mit dem der sich jetzt irgendwie verbinden könnte okay er leuchtet schon mal das hat funktioniert jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwo den nächsten hinbauen damit da drinnen dann so warte mal das teilen wir mal auf nimm das mit das teilen wir auch auf nimm eine mit und jetzt gucken wir dass ich genug Material für den nächsten Transportstein habe und dann gehen wir den mal irgendwo hinzimmern das muss ich jetzt testen ähm sauberei okay was fehlt jetzt alchemistische grundsubstanz und die fackel gut die fackel da fehlt uns das holz und alchemistische grundsubstanz ja genau wir teleportieren das war nämlich mein plan wir teleportieren zur puffbude eins setzen da jetzt den nächsten hin und dann kann ich zwischen den beiden buden schon immer mal hin und her porten und das ist auch gut dann für äh was wollte ich denn jetzt ah Leute Leute meine gedanken überschlagen sich fackel so holz ich hab kein holz hier da und dann kann ich nämlich da die sachen besser hin und her transportieren von puffbude eins und puffbude zwei das ist jetzt erstmal der erste schritt genau und dann muss ich mir bis nächsten donnerstag wirklich einen guten plan machen wo ich die anderen hinbaue und gucken dass ich genug materialien dafür habe alchemistische grundsubstanz oder beides oh Gott ihr macht mich fertig ich hab zwar Urlaub Leute aber wir machen hier nicht durch jetzt könnt ihr knicken ich muss morgen früh bei der Oma sein zum frühstücken ich darf verschlafen gibt's Ärger die hat extra Nutella für die Kinder gekauft und meckern mit Tic Tac Oma wollt ihr nicht 24 Stunden Stream im Leben nicht ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho